Norddeutscher Rundfunk 2019 Unsere neue Babys... Oh, jetzt sind sie gerade weg... So herzlich sind sie, Das ist eine schöne Blumme, mit einem kleinen Blumme. Ich bin gar nicht satt, wir schauen. Auch da, die franische Küche, Riese, Blümelchen, da hinten habe ich auch, da ist ein ganz spezieller. Ich habe sie gesehen irgendwo in einem Dorf, habe ich gedacht, die will ich ja auch. Und flitter, so schön. Frilling ist da. Ist das nicht schön? Das ist meine Ansicht im Küchenfenster. Das ist meine Ansicht im Küchenfenster. Ich bin ein Sardinböck, um du will wissen, was ich war. Es war so vackert. Glibes. Tschüss, es war. Es war so vackert. Es war so vackert blommar. Es war so vackert. Es war so vackert. Jetzt ist das Schaf dazu gekommen. Das ist Mika. Mika kam 1,80 Kumpen ohne Anlauf. Tschüss. Mika kam 2,80 Kumpen ohne Anlauf. 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 Mika kam 3,75 Kumpen. Es war so vackert. Wow! Alla maskrosor. Bebe, bitte lamm, har du någon öl? Ja, ja, kära. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, was du hast. Ich weiß nicht, was du hast. Du gehst zu Ostern, hm? Mama. bitte auf die Chat, machen Sie Haynes Geltelys north mit? 앞에 jetzt Chile die der die wir Lille Puskeln und Gläder, annars taue ich dich! Ebebe, wie Talam, har du noch jemand? Ja, ja, schära Bahn, ja har sich gefühl. So, jetzt gucken wir einfach wo unsere kleine Geisel sind. Die sind schon klettern, die sind glaube ich vier Tage alt. Scheibe, oh, möge jetzt alles gut gehen. So Mr. Bucky, jetzt hat er gesehen, dass ich Filme und Fotos mache, hat er sich extra gestreckt. Und sehr viele Wohnungen in, ich denke in Wohnungen, man sieht ganz viele Hochhäuser und es ist sehr viel braun. Die Leute sind auch sehr dunkelbekleidet, aber sind auch sehr moderne. Ich bin in der Ukraine, in Kiew. Schöne, herzliche Hotelzimmer, ganz modern, hübsch, rundum, ist sehr sehr arm. Achso, die Autorbahn sind nicht so wie bei uns, perfekt. So, logge ich jetzt einen guten Film? Haha, verstehe ich. Das ist alles auf ukrainisch. Hi, jetzt bin ich eine Katze. Deutsch Katze, nicht die Katze. Deutsch Katze, Katze. Spezial, da? Geisli, Curie. Geisli, 3 haben wir bekommen. Tja, tja. Ich bin zurückgestanden, weil ich filme. Das ist Mama. Schaut, ob alles in Ordnung ist. Ich schläft der dritte. Da ist andere Mama. Und Papa. Gut. Grüße, schönen Papa. Ciao. Ich will mir mal die andere Segel wieder nachsehen. Da sieht man die. Hi. Jetzt haben wir dich überrascht. Hier ist eine kleine. Überraschung. Zwei Stück. Die Kette hat zwei bekommen. Hi. So herzlich sind wir. Bald müssen wir wieder nach Hause kommen. Tschüss. Es ist immer so schön ruhig. Kissen und Kuscheln hat er gern. Und legt immer seine Arme, seine Kopf in meinen Arten. In meinen Schoß. Ah, so süß. Und er sagt Freude. Er sagt, er ist so groß und schön. Störtlich, sagt man nicht wirklich. So ein schöner Geist. Und er stinkt gar nicht. Nein. Tschüss. Hi. Meine schönen Geister morgen. Die fragen sich, wieso ich dann nicht auf die anderen Seite komme. Ein Rübschenbock. Da kommt das Band. Ich habe zuerst noch gelacht. Jetzt so. Herr Bock. Wir haben noch nie so einen grossen, schönen Geister. Der ist ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, der hat gern. Das ist so ruhig. Jetzt ist so jetzt zwei Monate da. Er macht Babys. Ja, ja. Gell, Bocki? Jedes Jahr haben wir Bock. Und dieses Jahr haben wir ganz einen grossen Rüiger. Ja, so süß, hm? Bocki, hm? Und er stinkt gar nicht so fest. Gell von Hübschen. Tschüss. Wir gehen aber nicht durch, oder? Joe. Joe. Hm? Ich kann. Sieht fast aus wie ein Film. Und der so schön ruhig. Hi, Bocki. Und der schaut schon für die anderen. Ha, Mr. Bock? Ja.